Hallo und herzliche Grüße, hier ist Chris Zedlmeier mit den aktuellen Nachrichten vom 2.12.2011 aus dem Studio von WorldCharmahiria. Nachrichten aus aller Welt. Syrien erklärte seine Gegenmaßnahmen zu den neuesten Sanktionen der Europäischen Union und der Türkei. Das Land kündigte seine Mitgliedschaft in der Mittelmeerunion vorübergehend auf, die 27 EU-Staaten und 16 weitere der Region umfasst. Damaskus sieht sich gezwungen, alle Aktivitäten des Forums zu boykottieren, bis Europa seine Sanktionen aufhebe, erklärte ein Repräsentant des syrischen Außenministeriums. Bei der Gelegenheit hat Syrien auch die im Freihandelsabkommen mit der Türkei beschlossenen Maßnahmen ausgesetzt, welches seit 2007 in Kraft ist. Die syrische Regierung kündigte weitere Schritte im Zusammenhang mit den von der Türkei verhängten Sanktionen an, berichtet die syrische Arabische Nachrichtenagentur, kurz SANA. Am 30. November meldete das türkische Außenministerium die Verhängung finanzieller und wirtschaftlicher Sanktionen gegen Syrien. Darunter das Einfrieren der Mittel für Infrastrukturprojekte in Syrien durch die türkische Import- und Exportbank, die Aussetzung der Kooperation zwischen den Zentralbanken der Türkei und Syriens, ebenso wie das Einfrieren der Konten der syrischen Regierung in der Türkei. Vorgestern setzte die Europäische Union zusätzliche Sanktionen in Kraft, die auch eine schwarze Liste mit elf Institutionen und zwölf offiziellen Repräsentanten beinhaltet, die Bashar al-Assad nahe stünden. Er wird von der angeblichen internationalen Gemeinschaft der brutalen Unterdrückung regierungsfeindlicher Demonstrationen bezichtigt. Nebenbei hat das amerikanische Finanzministerium auf seiner Sanktionsliste Mohammed Malouf aus Aslan gesetzt, den Onkel von Bashar al-Assad und Kommandeur der syrischen 4. Gepanzerten Division. Mit den exakt selben Methoden und Maßnahmen begannen die Einmischungen in Libyen im Frühjahr diesen Jahres. Zwischenzeitlich hat das Büro des Hohen Kommissars für Menschenrechte bei den Feindnationen erklärt, dass die Anzahl der Leute, die durch Zusammenstöße in Syrien ums Leben kamen, die 4.000 überschritten hätten. UN-Kommissar Nevi Palai charakterisiert die Situation aus Syrien als Bürgerkrieg. Die Verschwörung gegen Syrien weckt Appetit und Schlafgeräusche der jordanischen Autoritäten. In der Tat bedeuten die Sanktionen der Arabischen Liga gegen Syrien einen schweren Schlag gegen die jordanische Wirtschaft, wie der Premierminister des Königreichs Aoun al-Hausaunak erklärte. In diesem Zusammenhang erinnert er daran, dass Syrien der größte wirtschaftliche Partner Jordaniens wäre und in der Tat werden die jordanischen Waren in den Libanon, in die Türkei und nach Europa über syrisches Territorium transportiert. Zitat Darum rufen wir die Arabische Liga auf, die Interessen des Königreiches zu berücksichtigen und die Effekte des Embargos gegen Syrien zu minimieren. Zitat Ende Ausgestattet mit Jahrhund-Ultraschallraketen berichtet Interfax und beruft sich dabei auf eine gut informierte militärisch-diplomatische Quelle in Moskau. Die Quelle hat nicht die exakten Bedingungen der Lieferungen offenbart oder ihr Volumen, aber merkte an, dass man bisher nicht von einer vollen Erfüllung des Vertrags sprechen kann. Zitat Nach den Informationen der Agentur gehen die Experten von zwei Bastionanlagen aus, die jeweils mit 36 Jahrhund-Raketen munitioniert sind. Die Experten gehen davon aus, dass damit die komplette Küstenlinie von möglichen Angriffen von Seeseite abgeschirmt werden soll. Nach offiziellen Informationen hat der Gesamtvertrag ein Volumen von 300 Millionen US-Dollar. Die Befreiung Libyens geht weiter. Hände weg von Syrien. Wir hören uns wieder und ja, das waren die weltweiten Nachrichten von Omit Chris Edelmeier hier im Studio von World Chamahiriya.